Darin, let's play. Davon würde ich nicht weit räumen, Sir. Nicht, bis Sie sicher zu Hause sind. Kann so lange warten. Wenn das so ist, ich hätte hier draußen noch ein paar Dinge zu erledigen. Genau. Und könnte deine Hilfe gebrauchen. Darauf können Sie sich verlassen. Und wenn Sie fertig sind, können wir das Weihnachtsmal essen, das ich für Sie warm gehalten habe. Zum Frühstück. Ja. Ah! Juhu, kann ich jetzt hier irgendwo mein Kostüm wechseln? Stand da noch. Warte, ich mach mal eben verlassen. Und dann sparte ich das Spiel, da stand ja dann Kostüm wechseln. Perfekt. Ich bin die Nacht. Oh, ist wohl noch ein ganz, noch ein anderer Monus. Oh, ich bin die Nacht. Oh, oh. Hm, 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 hm. Ich hab jetzt nichts von Kostümwechsel gelesen, ehrlich gesagt. Ich bin enttäuscht. Spieloption. Nein. Grafik, naja, bei Grafik kann das eigentlich nicht sein. Ich weiß auch nicht. Gibt's da nicht. Wir haben uns verarscht. Ich muss hier mit den normalen Kostümen rumrennen. Hier, haben wir schon das Rätsel? Nein. Gut, da können wir das ja direkt lösen. Wo gehen denn die Dinger noch hin? Also, muss ich wahrscheinlich an den richtigen Reihenfolge drücken. Da, wo fahren wir denn den? Yeah. So macht man das. Äh. Wo war der andere? Da muss man schneller sein, oder wie? Waren wir zu langsam? Nee, ist doch noch an. Ähm. Nein, nicht runter. Bleib da drauf. Fisch. Toll, sind wir da runtergegangen, oder? Nee. Ähm, hier, dann mach ich mal hier so. Nee, der ist aus. Äh, dreh dich, dreh dich. Ja, wo denn noch? Wahrscheinlich muss ich wirklich schneller sein. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Normal. Ja, ja. Eins. Zwei. Ich glaub, die Reihenfolge spielt auch eine Rolle. Oder nur die Reihenfolge, weil so wie die aufgeblinkt haben. Drei. Und der letzte. Vier. Wow. Boah, sind wir gut. Komm, na, voilà. Perfekt. Ja, ja. Ja, das ist im Prinzip das, was uns übrig bleibt, was wir machen können. Hier, der Drogenlager können wir kaputt machen. Was haben wir dann hier noch? Ah, noch so eine ER-Gleitübung, die wir auch gleich noch machen können. Ist der Drogenlager hier unten? Ist der Drogenlager hier unten? Geh ich mal von aus. Äh. Drogenlager? Hallo? Ist nix. Wo ist er noch weiter unten? Geht er noch weiter runter? Weiß ich nicht. Was soll das denn sein? Nein. Ah, ja, verdammt. Wir brennen. Ja, ja, ist ja alles kaputt. Von den blöden, äh, Typen da. Der, der Firefly. Der ist ja brennen, ey. Da unten stehen noch Leute. Geh ich da runter? Ne, der will da irgendwie nicht rüber rennen. Oder springen, oder was auch immer. Runter, Batman. Geht aber ganz schön tief runter hier. Toll, ist hier jetzt was? Dann bin ich hier umsonst hingehrennt. Kollege, ich verstehe es nicht. Wo soll er es denn sein? Ich renne durch, äh, Honolulu. Und hier ist gar nix. Verdammt. Hier waren wir doch schon. Oder ist er da drin? Das könnte ja eigentlich auch sein. Oder doch da oben irgendwo. Boah, ey. Kollege. Ich hasse so etwas. Ah, da ist die Gleitübung. Dann können wir die schon mal machen. Nein, nein, nein. Ach so. Oh, ich dachte schon. Batman? Batman! Geh da hoch! Geh da hoch! Geh da hoch! Da ist ja schon mal ein Anfang. So, jetzt fliegen wir hier rum. Und da kommen wir zu dieser Gleitübung, denke ich mal. Wenn wir schnell genug sind. Wo ist die denn? Die war doch hier irgendwo. Da, ich kann mich irgendwo festhalten. Gut. Upsa. Ach, die ist wieder da oben. Ja. Da, da, da. Jawohl! Oh, perfekt. So. Sturzflug wegen des Gleitens. Vier Ziele. Ah, nee, ey. Da konnte ich schon früher nicht leiden. Ein Sturzflug. Boah, was der für einen Flugfehler hat. Ach so, das war ja leicht. Noch zwei Übungen zu meistern. Ah, und das ist da oben. Ich sollte mir mal dieses, äh, dieses Luftsymbol angucken, das ja immer da irgendwie platziert wird. Kann ich hier auch weiter hoch? Wird zumindest nicht schlecht. Mensch, ey. Menschenskinder. Vielleicht da. Wenn ich hier so einen langen... Ja, perfekt. Da wollte er sich doch festhalten. Das ist schon mal gut. Naja. Also nach oben wieder. Nach oben. Da oben ist halt irgendwo, denke ich mal. Verdammt, wir brennen. Stell dir mal nicht so an, Batman. Nooo. Wo ist das Drogenlager? Muss doch hier sein. Oder? das hat doch ganz oben oder wie kann ich doch gar nicht hin check ich nicht oder ist das hier drin ich glaube das ist da drin weil die oben ja ziel erreicht hier ist aber nix der ist dann glaube ich da drin ist ja ganz gemein wie hinterhältig gut dann gehen wir da rein wieder aber was ist denn hier mit überhaupt da ist doch ein brief drin da guck dir das an ja das ist wenn wir da habe ich das schon versucht mit dem gel ich glaube ja ne geht nicht ja auf keine ahnung das kommt noch irgendwie irgendwann irgendwie irgendwo denke ich mal wird dann auch wichtig sein mit einer der nebenaufgaben frag mich nur nicht welche so hier war der eingang da einer da muss ja hier irgendwo das drogen ding sein eigentlich weil draußen war es nicht überall geguckt so gucken wir mal kann ich hier auch irgendwie hoch und runter ich kann zoomen also mit kann ich hoch und runter nix nix hier drin ist gar nix heraus komisch wo soll das sein ich mag sowas nicht wenn man es auf der karte sieht aber nicht findet so wie ich gerade weiße blühen fisch bin leute das ist doch nicht normal macht doch keinen spaß halte ich da um fest los wo ist das kann ich schon hier irgendwie sehen nein von hier nicht da oben vielleicht wo die typen mit den waffen rumstehen wenn der gegner sind ist eigentlich immer gut da ist ein anzeichen was machen wir denn jetzt was auf rona bämm verpiss dich ah ja da ist es doch ich seh es da soll einer drauf kommen ey komm her und du auch ich dachte es gibt ein erfolg wenn ich irgendwie alle utensilien die man so als batman besitzt verwende ah ja jetzt komm her du glaubst doch nicht du hast ne chance wir haben bane verkloppt ja da ist es oh perfekt hier was steht da raus da drauf hanus tanus was weiß ich kaputt noch vier drogenlager übrig so hier guck mal dann ist da so ein datenbetreuer den verkloppen wir bleiben wir mal hier auf der brücke fürs erste bis wir hier alle haben so ah fish batman ey ich muss da oben hin komm schon komm schon komm schon komm schon Gott sei dank und jetzt da schafft der dat jawoll ich bin ja ein held batman soldatenbetreuer da hier du mit deinem messer verpiss dich schlag zu schlag zu okay kannst du haben hier in den hintern ist dir dat recht so oder war dat zu heftig natürlich ich hab euch doch gesagt dass es ihn gibt natürlich gibt es nicht für eine doof frage ja hier komm her flop hallo ich will dich verhören du sack das material für enigma versteckt hast und ich überlegs mir ja ok 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 schnauze fisch ach toll das datenpaket irgendwo was da ok 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 erstmal die daten betreuen dann wissen wir nämlich wo auf der brücke die ganzen falsche richtung dann wissen wir wo hier im brückengebiet die ganzen pakete sind dann sind wir auf der brücke auch fertig die brücke geht mir ehrlich gesagt auf den senkel ja ja da ist auch noch eine er übung die machen wir auch noch das ist jetzt vielleicht überhaupt nicht spannend aber das haupt let's play ist ja schon vorbei das ist jetzt mehr so weil ich so ein 100% freak bin deshalb will ich das gleittritt und bam hat natürlich nicht funktioniert wie immer oh was der so grün am leuchten ist immer ich hab doch da die waffe gehört verdammt nein komm ran Leute jetzt ist aber ihr Ende ein fischgesichtiges etwas bam oder du grünes etwas so jetzt wird sie elektrisch bam bam hier weg mit der waffe versuch's mal mit dem elektroschock dagegen so flopp 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 und flopp und schickadub und knackt die Back ja nicht aufgeben ist leichter gesagt als getan ne hier komm ran die Fresse hier kriegst ein Battering ins Gesicht hallo bäm ey die musst du verhören das steht wieder als wäre nix gewesen ey ich will ihn verhören was ist das für ein Bug oh das gibt's doch nicht dann mach ich die die Gleitübung kommen wir gleich nochmal wieder der ist jetzt buggy tut mir leid der hat jetzt so viel Angst der erzählt uns gar nix mehr Schissase so pff wüsste ja hier kann ich verhören natürlich nicht das ist ein scheiß Spiel ne ey boah das sind die liebsten Spiele über die ganzen Bugs so hier ah da unten das ist ein Datenpaket oh äh pff ja ah mit mit wieder hochfliegen verdammt das kann ich kann ich eigentlich nicht so gut obwohl das funktioniert komm schon komm schon komm schon komm schon jawohl wir sind gut noch eine Übung übrig ja die schaffen wir auch noch jetzt holen wir uns ja erstmal den das Datenpaket hier weg so was ist denn hier los äh was sagt der da ja ja keine Ahnung was das soll geht nicht achso müssen wir oben vielleicht was irgendwie so Klebstoff oder lieber drauf sprühen vielleicht ne was soll das denn gehen ich hab keine Ahnung achso man muss schnell sein so vielleicht und dann hier ne hä was wollen die vielleicht dass sie dann in der Luft jagen wenn man drauf steht ich hab keine Ahnung aktiviert sobald ausgelöst eine Schalterautomatik die habe ich noch durch Druck ausgelöst ja pff durch Druck ist schon klar können wir hier mal drauflegen oder so da habe ich was zum legen ne eigentlich nicht ne macht gar keinen Sinn wir sind doch nur alleine wenn wir jetzt zu zweit werden da wäre das ja kein Problem da würde ich sagen kann ich vielleicht den Kran bewegen das wäre vielleicht noch so eine Maßnahme wo ich mir denken könnte Kran bewegen und dann ne das ist eine gute Frage wie ich da dran komme verstehe ich nicht ich glaube ich zu doof und zu blöd warum geht das nicht hier vielleicht irgendwie so hallo was soll das denn hier soll einer schicken die scheiße ja spring ins Wasser komm kühl dich ab Batman boah hallo wenn die noch Gegner wären dann würde ich ja sagen ein Gegner hier drauf ausschalten aber vielleicht was hacken nein vielleicht irgendein Störsender Symbol irgendwo hinschicken nein vielleicht da oben irgendwas mit machen nein keine Ahnung vielleicht irgendwas mit den Steuerungsbetterank machen komm da müssen wir auch erst irgendwas freischalten kann ja auch sein ja mit Druck ist das hier vielleicht Druck wenn das hier drauf landet ist doch Druck ne zwar ein leichter Druck aber hier wenn ich mit Schub da voll Karachen drauf fliege ne ne ok ich gucke mal hier die Enzyklopädie von Batman durch wie steht da ja was Verbesserung ähm ja nein äh besseres Tarnmaterial Annäherungsmechanismus Rauchbombenerhöhung Unterbrecher Minenverbesserung ne hier steht nix von irgendwie kurze Zeit umgreif äh ok mach den Gegner langsamer Spittergranate automatisch ja pf die Dauer ja das ist doch alles Schwachsinn hier geht natürlich nicht schenke ich nicht ich hab keine Ahnung wie das gehen soll hier warum ist der da klebt zu geht der geht der überhaupt an wenn ich hier wenn ich hier drauf gehe geht der an da bringt mir überhaupt nix ich bin einfach nur zu doof klebergranate funktioniert nicht vielleicht hier so ein Erschütterungsding ja keine Ahnung was das bringen soll ja das können wir dann einfach noch nicht gehe ich mal von aus weil keine Ahnung ich bin doch am rumrätseln Grundlegende Steuerung irgendwas mit Gewicht oder so hängendes Ausschalten Exklusivgel ne da ist auch nix von Interesse irgendwie ah vielleicht auf dieses Ding so einen fetten Sturzflug machen dass das so richtig gedamaged wird hier so da warte da weiß ich auch nicht leck mir am Arsch dann geht das nicht so hier was ist mit dir Datenbetreuer kann ich dich jetzt vernehmen bist du jetzt bereit dazu oder hast du immer Angst Hallöchen da war doch gerade verhören oder was ist das für ein Dreck boah wie ich solche Spiele liebe da fehlen einem die Worte dann machen wir die Gleitübung leck mich am Arsch wo ist die Gleitübung da oben wahrscheinlich ne da hab ich doch gesehen können wir ja mal rumrennen boah ich sag ja Bugs vom Allerfeinsten hier vielleicht kannst du die äh ja natürlich hallo was soll ich das denn machen hier ja oh naja perfekt das war ja einfach das ist eben der Gleitmeister der Gleitmeister kann man auch falsch verstehen ey jawoll yeah schließe die einfachen ER Übungen ab äpf tut es doch noch schwere Greifhaken Beschleunigung Ausschalten haben wir bekommen geil wofür auch immer ok da ist noch ein Datenpaket ich hoffe das ist nicht innen drin ja ach Leute ach das ist doch so Mann ich fliege jetzt hier weg ich hab kein Bock mehr auf die Brücke hier ich geh jetzt da hin Brücke geht mir auf den Sack die machen wir zum Schluss sind sowieso nur noch ein paar Minuten die Aufnahme boah ja überspringen ja 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 da unten ist jemand ist ein Datenbetreuer dann schalten wir den aus sonst nicht ne ist keiner hier da oben Pinguin Waffendepot das machen wir zuerst äh da oh ist hier noch was ah Bandenkampf wieder Drohunglager haben wir noch in dem Gebiet und ansonsten nur ein paar Datenpakete die Relays haben wir hier schon alle erwischt ach so da geht's lang ja ja ah hier guck mal ich hab die Kontonummer und Passwörter wenn wir Ausweise haben die sagen dass wir die Typen sind flop 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 oh hier guck mal das war ja kiki kacke war das voll einfach hier ist auch noch ein mh kacke ja das ist ja voll einfach hier da musst du einfach nur so ein Ding reinwerfen äh Kehrtwende flop na langsam 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 mit gegen die Wand so so keine Herausforderung ey guck mal wie leicht das hier ist und auf der Brücke da äh da fragst du dich wie soll das gehen also ich mich zumindest die Lösung ist wahrscheinlich total einfach ich komm noch nicht drauf so hier haltet die Fressen komm da ran wischen ich wisch gleich den Boden mit dir und scheiße sagt man nicht scheiße macht man ja bam hier halt die Fresse knick knack Arm ab du willst was sagen Kollege ist ja irre voll geil ey bäumel und blutende Nase fett Respekt Batman ja mich gibts hier halt den Mund so hier mit der neuen das Ding ausschalten oder war doch so ne flop Waffen deaktiviert oh 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 noch drei Waffendepots so hier Datenpaket die Datenbeteuer haben wir in dem Gebiet hier alle äh neue Onlinebelohnungen was will ich denn mit einer Onlinebelohnung drei Akte angesehen und wow sagen wir mal du hast nicht viele Fans aber das wusstest du wahrscheinlich schon ein paar der richtig lächerlichen Einträge habe ich mal gelöscht die behaupten du würdest die Leute umbringen ich weiß dass das nicht deine Art ist ah 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 hier geräuschloses ausschalten scheiße nicht schießen ich bin doch nur Batman ich kann auch dein Freund werden wenn du willst also hier jetzt nicht der schwule Freund sondern halt Kollegen jawoll ja damit hallo das da nicht die Gegner die Gegner können mir egal sein wir hauen nämlich jetzt ab au revoir ja ja so äh äh den da ja 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 wir haben gleich schon wieder ein Level so ui Dionimo oh der ist voller Blindfisch kriegt gar nichts mit dir komm da ran oh hat die Waffe verloren das tut mir aber leid für dich schnauze was ist hier wo ist das Datenpaket ist das da drin oder so äh auf dem Dach oder ne auf dem Dach nicht oder ist doch richtig oder irgendwo hier wahrscheinlich weiter unten irgendwo unten da wo die Leute rumstehen vielleicht oder da unter der Brücke falls jemand da kann oder so ich weiß es doch auch nicht wenn ich es wüsste dann naja da das ist ja einfach komm zäh ist ja Kinderkacke ja nein ich will nur die Map da ne ich's net die klappern jetzt alle ab die zwei hole ich noch oder ne ich mach das Gebiet hier noch fertig das sind ja nur noch die zwei Pakete und dann dann noch irgendwas anderes irgend so ein Pinguin Ding oder so und dann sind wir hier fertig oh oh ist das schwer hier Kleber 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 hab ich gesagt oh das war richtig gut versteckt boah Riddler Respekt oh verdammt das ist doch wahrscheinlich ist das nicht das Hotel hier da müssen wir bestimmt da ganz rein ich will nicht in das Hotel ah ne das ist gar nicht das Hotel Glück gehabt ey da oh es ist zu wo krieg ich das denn auf ist das billig da wenn man da rangeht geht's zu einfach okay ähm Datenpakete Diss da zuerst dann die hier in dem Gebiet zumindest da kann ich beruhigt schlafen und auch diese Aufnahmen zu Ende gehen lassen falls das jetzt überhaupt nur einer guckt weil Joker und Bane mäßig wird dir gar nichts mehr passieren ich mein ah guck mal da ist ein A zum Scannen perfekt ich mein je nachdem wie Bedarf besteht kann ich auch noch den Herausforderungsmodus irgendwie machen gescannt 5000 Erfahrungen für so'n Scan cool freigeschalteter Entwurf ja Verbrechen im Gang ist mir egal äh hier irgendwas irgendwie irgendwo äh wo denn und unten wahrscheinlich wieder weil oben ah da guck mal da wie krieg ich das denn kaputt hm interessant wie geht das wie mach ich das kann ich da irgendwo eine 8 anbringen oder so und dann könnte das funktionieren dahinter ist das doch äh ich versuche mal von weiter oben da einfach irgendwie gegen zu fliegen dann funktioniert das ja los so und perfekt naja kann leicht zerbrochen werden stand da auch noch dran perfekt ja hier so das letzte Paket dann noch den Bandenkrieg da und äh das komische Drogenlager Teiler kaputt machen ach guck mal hier das gehört uns Wayne Enterprise äh unser Lagerhaus oder was auch immer das ist gehört mir keiner dran wenn er dran geht stirbt so aufs Dach ist immer gut um von dem Kopf eingeschlagen scheiß Schornstein ich muss diesen Kampf beenden und die Chemikalien sicherstellen naja ist halt billig musste man gar nichts mit den Schaltern am Boden machen so hier hier der Kampf da unten irgendwie oder naja da guck mal wo hat er los ist voller Mob stirbt 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 du auch hier komm knick knack knack ist doch scheißegal ob die sich jetzt gegenseitig verkloppen oder ob ich dabei mithelfe ich meine muss da der Unterschied klar wenn ich mit mache geht es schneller aber das Ergebnis ist mehr oder weniger das gleiche aber doch klar es gibt keinen Gewinner also zumindest von den von den Gangs aber es gibt mich bam hier verpiss dich wow weg 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 und geblockt du da auch oh verdammt ah verdammt ich dachte das trifft mich noch aber hat er dann doch nicht hier und wenn wir die Elektroschuhe äh Handschuhe anhaben dann lohnt sich das gar nicht zu blocken weil man sowieso überall durchkloppen kann mit E drucken lohnt sich auch nicht eigentlich wobei jetzt eigentlich doch wieder ah verdammt Leute hau ab da Schnauze und hier knick knack weg mit dir ja und ich bin Batman was ist besser ich bin Batstina oder ich bin Batman was ist wohl besser ich glaube Batstina möchte ich auch sein oder wie der gerade hieß irgendwie so ne stirb 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 man jetzt ich aber hier verdammt da muss ich dann doch mal blocken fleck da auch auch äh woa hier der sagt da nix mehr ey wo kommt der denn her der Fisch ey ich will dich ausschalten du Affe verhöre ist schon wieder ein Bug ey das ist doch nicht normal ich will den ja verhören geht aber nicht ey was liefern die für Alpha Spiele ab ne ich gehe gleich aggro ah da steh auf komm halt die Fresse musst dich verhören nicht ausschalten ja geht doch der war nur so lange im Kleber wo sind die anderen mehr sage ich nicht Elchefe ist das irgendwie italienisch für der Chef oder so oder äh lateinisch nein spanisch möglich ne gut haben wir geschafft dann ist jetzt ah ja hier noch das Drohunglager hier unten hallo halt die Klappe hier geht gar nichts los außer ich gebe den Befehl dazu bleib auf dem Boden zack und weg so dann machen wir ihn noch weg achso das ist so ein Generator Teil äh und jetzt ah ja guck mal wollt ihr eigentlich ah ja hier ist der Drohunglager drin da ist natürlich nicht schlecht versteckt da kommt eigentlich so keiner an es sei denn man heißt Batman jawohl Stufenanstieg ähm hier Verbesserung für die Klebergranate ein Annäherungszünder hinzu hab ich doch schon ähm verteilt die Kleber über eine Oberfläche um die Bewegung von Gegnern einzuschränken cool vielleicht ähm ist das dann auch so dass das als Gewicht gilt hier guck mal so dass das dass der Schalter dann gedrückt bleibt dadurch das wäre wünschenswert ach guck mal wir sind fertig hier im Gebiet oh perfekt da können wir die Aufnahme auch beenden dann machen wir beim nächsten Mal da irgendwie weiter guck mal das ist noch so eine Lupe Verdächtiger können wir wieder ein bisschen Detektiv spielen da haben wir noch zu tun da haben wir noch zu tun hier auf der Brücke sowieso da und da und da und da überall eigentlich guck mal hier haben wir noch so einen Funkturm den wir aktivieren müssen ja und ansonsten sind wir zumindest schon mal hier in dem Gebiet fertig ja äh ich verabschiede mich und würde mich natürlich freuen wenn dieses letzte Gedöne hier mit den 100% erreichen auch irgendjemand interessieren würde der halt zugucken möchte ist ja nur eine halbe Stunde jeden zweiten Tag kann man sich ja vielleicht antun wenn man nichts zu tun hat mal so nebenbei ist zumindest im Bereich des Möglichen gut dann gehe ich mal da oben auf den Schornstein wenn das geht natürlich geht es nicht da wäre natürlich eine schöne Abschlusspose gewesen aber hier das geht doch oder eine coole Abschlusspose muss sein yeah perfekt so hallo ich will die von vorne sehen der dreht sich mal um der Feigling ja gut dann gucken wir uns diese ne da brennt alles hier da gucken wir uns diese Skyline an den Bereich wo wir nicht hinkommen können der Bereich der eigentlich am schönsten ist von Gotham City guck dir mal die Gebäude an egal dann verabschiede ich mich nun und gehe Heiligabend feiern weil ich bin ja Batman und Elflet hat ja schon das Essen warm gehalten ja bis zur nächsten Aufnahme wenn es wieder heißt ich bin Batman ich bin Batman und 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 ich bin Batman